Hallo meine lieben Freunde, wir haben Weihnachten und wir haben Heiligabend. Dazu möchte ich euch die Weihnachtsgeschichte erzählen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt werden sollte. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da hieß Bethlehem, darum, dass er von zu Hause und Geschlechte Davids war. Auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem angetrauten Weibe, die da schwanger war. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde. Bei den Hirten und hüteten das nachts ihre Herde. Und siehe, das Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Aber da sprach der Engel zu ihnen. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen. Die lobten Gott und sprachen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Halleluja!